1972 hatte Elton John noch Sex mit Frauen, eine dicke Hornbrille und einige Riesenhits. Einer davon war Rocketman. Für John Sutherlands Rakete stand zu der Zeit der Countdown noch auf elf Jahre. Er kam nämlich erst 1983 zur Welt. Da hatte Elton John schon sein erstes Comeback und sein zweites Coming Out. Damit hat John Sutherland nichts am Hut. Er startet gerade richtig durch als Sänger und Schauspieler. Hier ist er mit Rocketman. Sie pack my bags last night, pre-flight. Zero hour, nine a.m. Also das ist wirklich ein sehr verführerisches Angebot, was Sie mir da gemacht haben. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber so ein Schnellschuss in der ersten Erregung, das bringt mir ja nun gar nichts. Jetzt gruseln Sie mich nicht so an. Sie haben mich ja fast so weit gehabt. Aber ich bin nun mal im Urlaub. Jetzt habe ich mir so eine Reiserücktrittsversicherung ja nun rein gar nichts mehr, oder? Ja? 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 Kinder? Ja? Ja? ша machto? 100%? Ja? Stein troranten. Also Gerhard Giang. Das tut mir auch echt voll leid, aber das kann doch jedem mal passieren. Ja klar, kannst du nicht wenigstens vorher die Pelle aus der Dose nehmen? Ja klar, kannst du nicht wenigstens vorher die Pelle aus der Dose nehmen? Ja klar, kannst du nicht wenigstens vorher die Pelle aus der Dose nehmen? Ja klar, kannst du nicht wenigstens vorher die Pelle aus der Dose nehmen? Ja klar!